Heyo, ich bin heute in dem Vordertags-Labrater-Servitorium mit meiner Freundin, die sich immer über mich lustig macht und der kleine Junge, Manu, der ist auch immer dabei. Viel Spaß! Blink, Jersey's Photography, Duquesen. 18. Was? 2018. Whistler in Instagram. Ja, ich habe eben so gedacht, ich halte jetzt den gesamten Film auf Englisch. Nächste Woche ist er noch so extrem. Französisch könnte ich irgendwie nicht sprechen. Was? Na. Ach, da läuft der Frau weiter. Oh Gott, ich habe die Maus gesehen. Da ist eine Maus. Ich weiß, die habe ich schon abgelichtet. So, die Geschichte von dem Feuerwerks-Laboratorium. So, ist das Gebäude entstanden in Kaisershalden. Da war es bestand eine Stadt mit extra Bahn- und Gleisanbindung. Nach dem 1915 wurde es dann zu einer Schießpulverfabrik entstanden und auch dementsprechend umfunktioniert. Und dann ab dem Zweiten Weltkrieg, na nach dem Zweiten Weltkrieg, letztendlich, haben dann die Russen bis 1993 hier gehaust. Und seitdem ist das Gebäude komplett leer. Wurde erzählt, dass ein Großinvestor sich das Gebäude aufkaufen würde und etwas hieraus machen würde. Also, das gesamte Gelände wurde renaturiert und seitdem steht es komplett leer und ist praktisch dem Verfall überlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn man sich das mal so anschaut, sieht man richtig, dass das dieser schöne Rahmen ist von der gesamten Tür, die hier ist. Der wurde definitiv hier rausgekloppt, das sieht man hier nämlich. Ah ja. Banalismus lässt begrüßen. Der Krippe sieht auch ein bisschen. Unseriös aus. Wenn man das mal so sagen kann. Schön. Ja, hier ist die Stelle, wo ein Panzer gebogen wurde. Das ist die Stelle, wo ein Panzer gebogen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja. Der bleibt doch noch. Tja, hilft nix. Machen wir dich an die Hände. Das war jetzt noch ein Eingang gefunden. Schatz, ähm ... Der guckt noch. Was? Krass. 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 Vielen Dank.